so freunde ihr habt euch mehr helikon text produkte gewünscht dem wunsch komme ich nach das techwerk hat sowieso gesagt hey julius wir wollen sowieso ein bisschen mehr helikon text produkte bewerben das passt sehr gut zusammen such dir mal ein paar day packs raus und das habe ich gemacht ich habe mir einmal ausgesucht hier das helikon text groundhog pack radar pack und edc pack edc pack habe ich sogar in oliv schon ein bisschen länger schon über zwei jahre ist in der täglichen benutzung und hat keinerlei abnutzungserscheinung also das als feedback von mir zur qualität von helikon text ich gehe direkt mal auf die tragesysteme ein damit das abgearbeitet ist weil die bei allen rucksäcken weil das bei allen rucksäcken relativ identisch ist ihr habt eine leichte polsterung am rücken schulterriemen relativ dünn auch gepolstert und natürlich habt ihr einen brust und einen hüftgurt den hüftgurt ohne flossen also rein zur fixierung wenn ihr zum beispiel damit schneller lauft am bergseite und den rucksack vielleicht ein bisschen näher dran bekommen wollt damit er nicht so schaukelt dann könnt ihr das damit machen aber ihr habt keinerlei lastenübertragung oder sonst was da das bei day packs überflüssig ist aber ihr könnt sie etwas kleiner trimmen verstauen bzw ein bisschen kompakter machen ich hätte mir gewünscht dass sie überall abnehmbar sind weil ich mir bei den day packs das immer wünsche dass die abnehmbar sind leider ist da nicht jeder hersteller mit hinten dran aber gut so ist es halt manchmal ist es auch ganz praktisch einen hüftgurt dann dran zu haben den einzigen unterschied den es gibt bei den tragesystem ist hier beim radar pack der hat nämlich in der mitte noch eine ja eine stange mit der ihr euch eure rückenform ein bisschen anpassen könnt und ihr könnt sie rausnehmen falls ihr den rucksack zum beispiel ins aufgabe gepäck packt dass ihr ihn zusammen rollen könnt um platz zu sparen und dann würde die stange natürlich stören also könnt ihr dann rausnehmen und habt somit den rucksack ein bisschen weicher und kompakter fangen wir mal beim groundhog an ist ein sehr cooles kleines day pack mit ein bisschen speziellen optionen wie ich finde denn ihr habt hier an der seite habt ihr reißverschlüsse die könnt ihr aufmachen und dann könnt ihr netztaschen rausnehmen um zum beispiel trinkflaschen reinzupacken kleinere snacks apfel was auch immer also ihr habt hier einfach die möglichkeit praktisch wie ein hamster was sich im mund voll schlägt ein bisschen die backen aufzuplustern und so habt ihr das bei diesem groundhog also bei dem murmel tier auch finde ich sehr cool dieses feature das ganze habt ihr dann zum fixieren noch mit seitlichen kompressionsriemen das heißt ihr macht die netztaschen raus steckt dann eure flaschen rein nimmt den gurt bzw den riemen an der seite zieht das fest und dann hält das auch ordentlich ansonsten habt ihr vorne noch ein längliches frontfach da könnt ihr auch noch mal so flache gegenstände reinpacken wie zum beispiel eine karte handschuhe mütze schal was auch immer und hier ist auch noch so eine kleine netztasche da könnt ihr dann schlüssel und co reinpacken wobei hier bei dem rucksack vielleicht eher ist sinnvoll ist da nicht so wichtige gegenstände vorne in den frontbereich zu packen aber nur als beispiel da passt auf jeden fall viel rein was flach ist ansonsten habt ihr noch ein großes hauptfach da habt ihr auch die möglichkeit eine trinkplase reinzupacken das könnt ihr auch bei allen rucksäcken machen also eine trinkplase rausführen bei den beiden rucksäcken hier könnt ihr das mittig machen und beim radar pack ist ja ein assault angriffs pack da habt ihr die möglichkeit auch links und rechts trinkschläuche rauszuführen beziehungsweise antennen also wenn ihr das ganze mit einem funkgerät nutzt oder so dann könnt ihr auch die antennen links und rechts rausführen was mir aber auch noch sehr gut am groundhog gefällt ist die tatsache dass sie unten im bodenfach verstaut eine helmhalterung habt bedeutet ihr könnt die unten rausnehmen euren helm dort einspannen und somit diesen rucksack auch für aktivitäten nutzen bei denen einen helm tragt also zum beispiel für das klettern für das packraften oder fürs fahrrad fahren was auch immer und das finde ich richtig cool gibt noch mal ein bisschen optionen und das ganze kombiniert mit den seitlichen netztaschen beziehungsweise einschüben finde ich sehr praktisch und lässt dieses kleine unscheinbare daypack am ende doch sehr nützlich und gut dastehen kommen wir zum radar pack auch hier habt ihr die möglichkeit euren helm einzuspannen das ganze allerdings ein bisschen fester und robuster ich habe hier von team wendy ein exfil helm drin der ist schon relativ globig sage ich mal passt aber sehr gut rein wenn ihr ein bisschen größeren helm habt das ist auch nicht tragisch und könnt ihr einstellen mit den gurten hier könnt ihr dann anpassen auf eure helmgröße so dass das ganze ordentlich sitzt nicht wackelt und euch der händler vielleicht ausfällt also könnt ihr alles einstellen passt und was mir sehr gut gefallen hat klein aber fein unten im bodenfach habt ihr ein integriertes rain cover was ihr über den rucksack ziehen könnt daher natürlich nicht besonders wasserfest oder wasserdicht ist die reißverschlüsse sind nicht versiegelt also wenn es regnet habt ihr da ziemlich schnell den nassen inhalt aber cool das helikontext hier dran denkt und euch ein rain cover mit dazu gibt an den seiten habt ihr flexible taschen beziehungsweise stretch taschen wo ihr eure nalgene flasche reinpacken könnt ein wasserfilter ich habe jetzt eben auf dem hinweg auch noch das kamerastativ reingepackt und das hier einfach hinter die helm halterung mit den schnell verschlüssen dahinter gespannt hat gut funktioniert ich hätte mir allerdings gewünscht dass eventuell noch so eine umlenkung hier vernäht ist damit man auch ohne integrierten helm sage ich mal die seitenriemen nutzen kann um längere gegenstände an den seiten zu fixieren aber ist auch nur meckern auf hohem niveau dafür ist dieser rucksack auch nicht ausgelegt hauptfach habt ihr ordentlich platz halten tagesrucksack innen drin habt ihr verschiedene taschen zum organisieren könnt ihr kabel reinpacken eine powerbank kleine dinge kleine gegenstände bei denen ihr nicht wollt dass sie irgendwo im hauptfach rumfliegen so dass das ganze schön ordentlich und sortiert ist hier hinten das fach finde ich ziemlich cool weil es schnell zugriff bereit ist und dort könnt ihr dann euren leatherman unterbringen taschenlampe magazin feuerstahl kiensparen wenn ihr draußen unterwegs seid und feuer machen möchte vielleicht geregnet hat könnt ihr da euer zeug reinpacken ihr habt noch einen kleinen loop da könnt ihr euren schlüssel dran fixieren was auch immer und hier ist auch wie schon erwähnt die öffnung wo ihr dann diesen pole hier raus ziehen könnt den ihr euch auf euren rücken anpassen könnt oder ihn komplett rausnehmen möchtet wenn ihr es nicht benötigt das war's grob zum radar pack ich würde sagen wir quatschen mal ein bisschen über das edc pack wenn ihr allgemein noch fragen habt zu den rucksäcken schreibt unten in die kommentare stellt eure fragen ich werde es dann zeitnah beantworten zum edc pack kurz und knackig ist ein everyday carry pack und so ist es auch gehalten sehr einfach und minimalistisch für die tägliche nutzung ihr habt ein relativ großes hauptfach da könnt ihr euren laptop reinpacken trinkblase trinkflasche jacke klamotten halt für den tagesausflug ein paar gegenstände und innen drin ganz unspektakulär gehalten keine organisatorischen taschen oder sonstiges ganz einfach ein hauptfach und das macht den rucksack naja nicht speziell aber sehr einfach was das angeht und wenn jetzt dann doch ein bisschen spezieller haben möchte dann habt ihr vorne dieses fach denn das ist komplett mit velcro ausgekleidet bedeutet ihr könnt hier eure taschen mit velcro einfach dran fixieren und euch somit alle kleineren gegenstände organisieren ihr könnt natürlich auch magazine hier dran bappen holster mit velcro wenn ihr da drauf bock habt oder sowas macht dann könnt ihr das natürlich machen und hier vorne schockhort habe ich auch probiert wenn ihr einen leichten helm hat einen kletterhelm oder sowas wie hier dann kriegt ihr das da auch mit fixiert das heißt ihr könnt außen euren fahrradhelm auch fixieren gar kein problem hier vorne habt ihr noch ein bisschen molly pals für zum beispiel eine admin pouch wenn ihr das mögt ich bin jetzt kein fan davon mir mit molly pals ja taschen an den seiten zu befestigen oder am rucksack selbst ihr habt aber auch noch die möglichkeit das zu machen und zwar hier auch an den seiten also zum beispiel für trinkflaschen um dann diesen rucksack etwas in so einen rucksack zu entwickeln also eigentlich ist das ja noch die runtergeschraubte version von dem rucksack hier wenn man es so sagen will aber hier habt ihr einfach ein bisschen besseren preis sage ich mal so dieser rucksack ist wirklich sehr günstig sehr preiswert macht einiges mit und ja ein einfaches pack ein einfacher rucksack der auch nicht so auffällig ist also das ist so ein typischer taktischer rucksack den man so trägt mittlerweile es gibt ja viele die schwarze rucksäcke tragen diese ganz normalen day packs mit molly dran und das ist gar nicht mehr auffällig also die leute gucken da gar nicht mehr besonders nach das ist ja mittlerweile in einem lifestyle produkt und das finde ich auch das cool an diesem rucksack er ist einfach ja so wie er aussieht nicht wirklich auffällig auch wenn er natürlich einen taktischen look hat aber das ist mittlerweile so angekommen in der gesellschaft dass das schon gar nicht mehr auffällig ist so einen rucksack zu tragen finde ich cool das teil gibt es auch noch in anderen farben wie gesagt ich habe auch noch in olive jetzt habe ich noch in schwarz gefällt mir auf jeden fall und ja freunde das nur ganz kurz und knackig zu diesen drei day packs ich finde die alle cool mein favorit könnt ihr es erraten ist nicht der ist nicht der sondern tatsächlich der kleine coole groundhog das murmelt hier ich finde ihn einfach geil vor allen dingen mit diesen netztaschen an den seiten ich mag einfach so features die ein bisschen über den tellerrand denken und finde ich einfach geil weil oftmals ist es so dass man dann doch einfach nur einen kleinen rucksack braucht und den dann mitnimmt und sich dann unterwegs wünschen würde er jetzt wäre es schon cool wenn er ein bisschen größer wäre oder ich vielleicht noch eine trinkflasche unterbringen kann oder möchte und mit dem ist es halt so finde ich cool zum fahrradfahren was auch immer irgendwelche sachen mit helm und das ist einfach geil das dann zu haben schnallt deinen helm rein machst du noch eine trinkflasche an die seite und da kannst du eine jacke reinschmeißen oder was auch immer und finde ich richtig geil das teil gut freunde gutschein code blende ich euch ein shop beim techwerk vorbei ich hoffe das video hat euch gefallen kurz und knackig einfach mal einen coolen kleinen gear talk über helikontext und da würde ich sagen sehen wir uns bei den nächsten videos freunde danke fürs zuschauen bis bald macht's gut